Ich hab gesagt, ich mach ein FAQ, ihr habt unter dem letzten Video ganz viel Fragen gestellt, also let's go! Elias Streif fragt, was ist dein erstes Video? Digga, bitte lass das einfach sein, denn ich... Lass einfach nicht drüber reden. Magdalena Hagen, wie bist du nach Berlin gekommen? Du bist doch Schweizer. Das stimmt sogar, ich bin vor vier Jahren nach Berlin gezogen ungefähr. Damals wegen meinem Studium, ich hab dann Business Management Social Media studiert, hab's beendet. Und dann irgendwann hab ich, vor zwei Jahren hab ich mit Social Media angefangen und jetzt ist es mein Job, glücklicherweise. En Place fragt, wer hat dir geholfen mit YouTube anzufangen? Niemand, ich hab das alles selber gemacht. Niemand hat mir geholfen, ich muss es mir selber beibringen, aber ich glaub, wenn man sich dafür interessiert, dann kann das jeder machen. Lara Seipold fragt, hast du eine Freundin? Sehe ich aus, als hätte ich eine Freundin. Nein, Digga. Hanno, wieso zerstörst du meine Kindheit? Das ist, was ich mir sehr oft frage, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist damals. Ich hab mich sehr viel Filme interessiert. Bruder, das ist dann irgendwie einfach passiert und dann habt ihr das auf TikTok vor allem gefeiert und dann ging das richtig ab, Alter. Das war so richtig Hypephase vor einem Jahr oder so. Ich weiß nicht, ihr habt das so gefeiert und habt es halt einfach weitergemacht. Sky Hörnchen fragt, was sind deine Film- und Serienempfehlungen? Boah, da hab ich ein paar. Und zwar, ihr müsst gesehen haben Prison Break, Brooklyn Nine-Nine, Inside Job, Family Guy, alter Classic. Was gibt's noch so? Die Discounter, Big of Prime Video gerade und ich glaub, das sind so meine Favoriten zur Zeit. Rick and Morty, natürlich Rick and Morty. Lot Goss fragt, liebst du es, YouTuber zu sein? Ja, also ich mein, es ist halt schon sehr entspannt. Du kannst wirklich einfach machen, was du willst. Vor allem, wenn du machen kannst, was du willst, dann macht das sehr, sehr viel Spaß. Viele müssen sich verstellen, ich glücklicherweise nicht. Ich fach jeden Tag auf, denk mir irgendeinen komischen Quatsch aus und kann den machen. Das ist schon echt sehr entspannt. Und das Beste ist, ich kann jeden Tag machen, was ich will. Das schätze ich am meisten. Viele wissen nicht, dass ich einen Podcast hab. Ich blende mal kurz den Clip ein. Wenn wir eins gehen, mach ich hier Kyla hin. Nein, wirklich? For real. Maul. Ein Kollege von mir hat mir einfach in mein Zimmer gekackt. Was? Ja. Warum? An meinem 18. Geburtstag. Fick dich doch. Free Vespa. Ja, jetzt. Oh, jetzt könnte ich's laufen, die haben keine Beine fertig. Stimmt. Zwölf Jahre vor meinem Leben Fingernägel gegessen. Ne, mein Fußnägel war, dann hast du die Steigerung davon. Wie eng ist das? Ich. Warum sagst du mit SCH? Warum? Ich kann das nicht anders. Ich bin näher an der ersten Darmspiegelung als an meinem ersten Mal. Du bist 29 und machst Kindervideos im Internet. Ja, dergar. Ich hab die Kontrolle abgegeben, Mann. Auf einmal war da Vogelscheiße dran. Die haben mich verarscht, die Wichser. Das heißt, wenn ihr Podcast 2 und sowieso mehr von mir sehen wollt, dann würde ich euch empfehlen, den Podcast reinzuziehen. After our Unzensiert heißt der. Der war sogar Nummer 1 in den Charts. Dabei laden wir jede Woche immer einen Gast ein. Wir hatten schon ziemlich coole Gäste. Nico Santos, Dardan, Kyla Scheix und noch viele weitere. Checkt das gerne mal ab. Ich tu den Link einfach in die Bio unten. Eric Schahan fragt, wir haben dich gerade gesehen mit deiner Freundin im Planetarium Berlin, aber haben uns nicht getraut, sich anzusprechen. Ey, wann auch immer ihr mich irgendwo in der Öffentlichkeit seht, sprecht mich gerne an. Das macht es viel entspannter. Ich sag dir, das Weirdeste und das Unangenehmste für alle Beteiligten ist, wenn ihr einfach nur schaut. Weil ich sehe, dass ihr schaut, man merkt das sofort und ihr zöckt euer Handy und so. Das ist für uns alle awkward. Kommt einfach zu mir, sagt Hallo, fragt nach einem Foto, wir können kurz quatschen, gerne. Ist viel entspannter. Also wenn ihr mich irgendwo mal sieht, sprecht mich gerne an. Clancy, seit wann machst du schon YouTube? Ich mache YouTube ungefähr seit 4, 5 Monaten ungefähr. TikTok mache ich seit 2 Jahren, das ist schon ein bisschen länger, aber es macht halt wunderbar Spaß. Vor allem wissen das nicht mal viele, dass ich TikTok mache, weil TikTok sind wir eben mittlerweile schon bei 2,5 Millionen oder so. Das ging unnormal schnell. YouTube war eher so das, was ich am wenigsten mache sogar. Ich mache am meisten Instagram, dann TikTok, dann YouTube. Also wenn ihr irgendwie noch mehr Content von mir sehen wollt, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Winklin, die Katze zieht ne Fratze. Digga, eure YouTube-Namen sind schon weird. Welcher Beruf wolltest du machen, bevor du die Idee Influ... 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 Alles klar, Digga. Edge sagt, ich mag den Term Influencer nicht. Ich finde irgendwie Content Creator cooler. Zweitens, welchen Beruf wollte ich machen? Damals wollte ich... Ich wollte beim Open-Air-Frauenfeld in Marketing arbeiten. Das heißt so das Organisieren von Festivals. Da habe ich mich gesehen. Lukas, Marcel... Marcel? Ah, der meint... Ach Digga, der meint Marvel. Natürlich, Marvel eher. Ich habe immer gefragt, ob du mehr YouTube oder TikTok machst. Ganz klar TikTok. Also safe. Ich habe Zweitkanal, Main-Kanal auf TikTok. Keyboards Mara... Ach, ich versuche es gar nicht erst. Von wo weißt du alles mit den Filmen? Digga, ich weiß es selber nicht ganz genau. Ich gucke mir auf jeden Fall sehr, sehr viele Filme an. Dann gibt es viele. Mittlerweile schickt ihr mir einfach alles auf Instagram per DM zu. Sonst viel im Internet kann man auch finden. Und Reddit auf jeden Fall. Reddit hat ganz, ganz viele abgefuckte Theorien. Bist du sehr viel am Handy oder am Computer? Digga, wenn ich meine Bildschirmzeit einblende, wird es ehrenlos. Warte mal, ich gehe mal kurz gucken. Alter, meine Bildschirm... Oh mein Gott, nein. Nein. Meine Bildschirmzeit letzte Woche im Durchschnitt war 9 Stunden pro Tag. Junge, wie kann das sein? Digga, davor 10 Stunden. Wer kann das toppen? Digga, das ist... Oh, das kann nicht gesund sein, oder? Oh, nee. Oh, das ist... Oh, da schäme ich mich gerade richtig für. Scheiße. Firefighter007 fragt, hast du 900 November verkackt? Sag ehrlich, Digga, nach 5 Minuten sofort. GorgorLP, hast du schon mal darüber nachgedacht, mit YouTube oder TikTok aufzuhören? Ja, Digga, jeden Tag. Jeden Tag denke ich mal darüber nach, weil man einfach so versessen ist auf gute Videos, auf Zahlen, dass alles nach oben geht. Man muss sich halt einfach daran gewöhnen, dass es halt nicht immer super laufen kann. Und das ist, glaube ich, das Problem, weil ob ich einen guten Job mache, hängt nicht immer an mir ab. So, es hängt auch manchmal am Algorithmus ab, ob man gesperrt wird, was auch immer. Und das ist dann schon sehr scheiße, wenn man das nicht... wenn man nicht die Kontrolle darüber hat, versteht ihr? Aber ich liebe meinen Job trotzdem. Woher hast du die YouTube-Halskette? Das ist die meistgestellte Frage unter jedem einzelnen Video von mir. Und ich muss ehrlich sagen, ihr werdet die nicht kaufen können, weil ich habe die irgendwo in Moabit auf einem Flohmarkt gefunden. Die könnt ihr nicht kaufen. Außer, ihr seid auf einem Flohmarkt und findet den Laden, weil das, wie gesagt, es ist kein Laden. Das war einfach ein Typ im Mauerpark, der mir die Kette verkauft hat. Drum wird es schwer, dass ihr die irgendwie kaufen könnt. Tut mir leid. Il Celo. Wie schaffst du es, dass es dir egal ist, was die Leute über dich denken? Bruder, es ist mir nicht egal. Negative Kommentare tun weh. Ich sage dir, wie es ist. Ramazan Aras. Von wo bekommst du deine Ideen für YouTube-Videos? Ehrlich gesagt, von meinem Alltag. Viel ist natürlich auch aus Memes, die ich selber sehe, aber meistens Alltag. Ich lese Schlagzeilen in der Zeitung, zum Beispiel mit diesem WM-Ding. Viele Ideen kommen einfach über Lesen, Zeitung, was sehen wir, was in der Welt passiert. Und dann, wo ich mir einfach so denke, Digger, for real? Hä? Wie macht das Sinn? Meistens sind es solche Dinge, die ich mir dann denke, okay, darüber kann man ein Video machen. So Probleme, die jeder im Alltag hat, weißt du? Yo Paul, welchen YouTuber, YouTuberin magst du nicht? Welche YouTuber, YouTuberin magst du gar nicht? Ich will keine genauen Namen nennen, aber folgendes regt mich an YouTubern sehr auf. Und zwar die, die nur Videos über andere Menschen machen. Wenn dein einziges Konzept ist, dass du über andere Leute urteilst, sie kritisierst, aber selber nichts Kreatives machst, sondern nur die ganze Zeit den Content von anderen kritisierst, finde ich das scheiße, sage ich dir ehrlich. Ich finde das nicht cool. Wirst du selber nicht interessant genug, dass du etwas über dich selber erzählen kannst, dass du kreativ sein kannst? Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach nicht so cool, wenn du immer auf Kosten anderen deinen Content machen musst. Und ich finde, diese Leute sollten, wenn die das mal ab und zu machen, ja dann mach halt. Also ich rede nicht von Reactions, ne? Ich rede von wirklich einfach nur kritisieren, nur über das Leid von anderen diskutieren. Und dabei geht es mir einfach darum, dass du nicht jeden einzelnen Schritt von anderen Menschen kritisieren musst. Speziell, wenn das dein einziger Content ist, finde ich einfach nicht cool. Ich finde, das ist kein Content. Oder ich finde, das ist kein Content, den man supporten sollte. Das waren erstmal die meistgestellten Fragen von euch. Wir können das auch gerne in Zukunft nochmal machen. Ich glaube, fürs Erste reicht es erstmal. Es werden mehr Langzeitvideos kommen. Ich hoffe, die sind gut. Darum lasst ein Like da und zeigt mir, dass ihr die Videos auch feiert. Dann lohnt es sich für mich auch weiterzumachen. Folgt mir natürlich auf Instagram. Da werdet ihr immer up to date sein. Lasst ein Like da und ich hoffe, euch das Video gefallen. Bis dann.